Unser METZ Classic Sortiment wird hier am Standort entwickelt und produziert. Allen Geräten gemein sind hochwertige Frontlautsprecher, ein aufwendig gestaltetes Gehäuse und bei allen Geräten haben wir einen Drehfuß. Das Sortiment beginnt hier mit dem 32 Zoll Cosmo. Hochwertig ausgestattet mit Full HD Display in IPS Qualität, einem hellen Bild, einem wirklich klaren und guten Ton und einer sehr einfachen Bedienung. Anfang des Jahres dazugekommen ist der Kalea. Der Einstieg in unsere hochwertigen Twin Tuner Produkte. Hier dann schon in Ultra HD aufgelöst und mit einer sehr schönen zeitlosen Optik. Fineo bietet dann bereits eine 100 Hertz Technik im Panel Bereich, HDR und mit einem Local Area Dimming Direct LED Panel eine nochmal deutlich gesteigerte Bild-Performance. Außerdem ist eine 500 GB Festplatte eingebaut, um sehr sehr komfortabel aufnehmen zu können und wir haben hier unten noch ein kleines Zusatz Display drin, wo man sich Sender Name oder Uhrzeit anzeigen lassen kann. Den Einstieg in den OLED Bereich bietet dann der Fineo OLED in 55 Zoll, der über die gleiche Ausstattung wie Fineo LCD verfügt, allerdings eben mit einem enorm wertigen OLED-Display. Noch wertiger ausgestattet ist dann unser Topmodell Topaz OLED. Hier sind statt der 500 GB gleich 1 TB, also 1000 GB, interne Festplatte verbaut. Wir haben außerdem ein Bluetooth-Modul-Abwerk, haben unsere wertigste und am besten ausgestattete Fernbedienung hier beigelegt und das Gerät verfügt als großes Highlight noch über ein Subwoofer-Modul im hinteren Bereich, im Rücken des Gerätes, der den Übertragungsbereich und damit einfach die Klang-Performance nochmal deutlich erweitert und verbessert. Neuem Sortiment begrüßen wir jetzt den Allegra, ein ganz ganz hochwertig ausgestattetes Gerät in wohnzimmerfreundlichen Ausmaßen, das heißt hier bieten wir 43 und 49 Zoll. Das ist wieder ein LCD-Panel, ähnlich wie bei unseren Fineo Modellen, nur eben in einer eigenständigen Optik mit einer ganz ganz edlen Stoffblende hier unten, Metalldrehfuß und einer hochwertigen Ausstattung, wie schon beim Topaz gerade erwähnt, inklusive der hochwertigsten Fernbedienung, die wir bieten und der 1000 GB PVR. Wir können heute schon ankündigen, dass wir einen lang gehegten Wunsch vieler Händler und Verbraucher erfüllen werden, nämlich einen OLED-Fernseher zu bringen, der auch kleiner als 55 Zoll verfügbar sein wird und das wird dann hier im Bereich der Topaz-Ausstattungslinie ein Topaz OLED in 48 Zoll sein, den wir zu Beginn nächsten Jahres dann auf den Markt bringen. Natürlich mit der absoluten Top-Ausstattung, aber eben im wohnzimmerfreundlichen Maße 48 Zoll und eben mit der Top-Bildleistung eines OLED-Gerätes. Topaz